Friedrich Nietzsche, eine kleine, unschuldige Geschichte. Eine kleine, unschuldige Geschichte, die aber viel Unfug gestiftet hat. Ich erzähle sie euch, den Unfug mögt ihr euch selber erzählen. Es gab einmal einen Knaben, dem sagte man mit Blicken und Reden, was dein Vater ist, das ist nicht dein rechter Vater. Ja, das verdross das Kind und machte es nachdenken. Und endlich sagte es zu sich und seinem Herzen ganz heimlich, es gibt wohl nichts Schöneres in der Welt als einen rechten Vater. Und als das Kind beten lernte, war seine erste Bitte, Gott, gib mir doch einen rechten Vater. Das Kind aber wuchs und mit dem Kinde seine heimliche Liebe und sein Gebet Unter Frauen und Priestern erwuchs der Jüngling. Ein Jüngling unter Frauen und Priestern tief geworden und scheu vor der Liebe und noch vor dem Worte Liebe. Tief geworden und durstig nach dem Tau der Liebe, gleich dem Thymian in der Nacht. Nach dem Weihrauch der Priester duftete selber seine Seele und nach der Unschuld der Frauen. Sie schämte sich aber dieses Duftes noch. Und wie sonst ein Jüngling betend begehrt, dass ein Weib ihn liebe, so begehrte er betend nach der Liebe eines Vaters und schämte sich auch seines Gebetes noch. Da geschah es, dass sein Gebet einst in lichte Wolken zerfloss und Worte aus lichten Wolken stiegen. Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist dies möglich, sprach der Jüngling, ich der liebe Sohn dessen, den ich eben um einen Vater bat? Gott ist mein Vater? Ist dies möglich? Dieser alte, allmächtige Stirnrunzler und Lippenaufwerfer von Gott ist mein Vater? Kann das möglich sein? Aber er sagt es selber und er log noch nie. Was kann ich tun? Ich muss ihm glauben. Bin ich aber sein Sohn, so bin ich Gott. Bin ich aber Gott, wie bin ich Mensch? Mensch, es ist nicht möglich, aber ihm muss ich's doch glauben. Der Mensch an mir, das ist wohl nur seiner Liebe Notdurft, denn wie ich nach dem Vater, so dürstet er wohl nach seinen Kindern. Dass ich Mensch bin, das ist wohl der Menschen wegen. Ich soll sie zu meinem Vater hinlocken, sie zur Liebe locken. Oh, diese Toren, die man zur Liebe erst noch locken muss. Sie sollen Gott lieben. Das ist eine leichte Lehre und ein Wohlgefallen. Ein leichtes Joch wird uns Gottes Kindern aufgelegt. Wir sollen tun, was wir am liebsten tun. Diese Lehre und Weisheit ist leicht zu fassen. Auch die Armen im Geiste dürfen die Hände nach ihr ausstrecken. Manches am Menschen ist wenig göttlich. Wenn man Kot lässt, wie soll man dabei Gott sein? Aber schlimmer noch ist es mit dem anderen Kote, der Sünde heißt. Den wollen die Menschen gar noch bei sich behalten und nicht von sich lassen. Nun aber muss ich's glauben. Man kann Gott sein und doch Kot lassen. So lehre ich sie, ihren Kot lassen und Götter werden.